Zebra... Holy shit, das war echt... Das hat echt weh getan, ey. Hat sich in den Stacheldraht verfangen. Das war übel, ey. Dann hast den Stacheldraht noch zu entfernen müssen, so... AAH! Ach, das hatten wir letztens aufgenommen, aber das habe ich nicht aufgenommen. Das habe ich nämlich gesucht. Das ist das, wo wir den auf der Gleise legen. Achso, aber da haben wir uns ja freigelassen, ne? Ja, genau. Diesmal... Diesmal nett. Oder du startest den anderen halt, dann kann man ja auch wieder rausgehen auch. Da wurscht. Kann man doch auch verlassen auch wieder, ne? Warten. Oder willst du es machen? Ja, wir haben die... Ich habe die ja nicht aufgezeichnet. Also das habe ich aufgezeichnet, aber beim Beenden ist da... Du musst dir die Scherbtasse zweimal schnell hintereinander drücken. Wenn du das nicht machst, dann ist die ganze Aufnahme im Arsch. Okay. Ich habe gestern Abend ja alles gemacht und habe die gesucht und habe die nicht gefunden. Vielleicht da drüben, das war der, wo so weit weg war. Das ist das Wahnsinn. Ja, 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 ja. Wo wir so lange suchen mussten. Bis die Handys erscheinen. Ich müsste mal kurz die Waffe reinigen. Warte mal kurz. Ja, wir sehen uns ja morgen so oder so. Okay. So, dann runter vom Bock. Und dann jetzt los hier. Dann machen wir mal die andere hier. Ja. Ah ja. Ruhe ja weg. What the hell? Sacknase die. Echt. Da oben ist einer im Haus. Das ist nur ein. Das ist nur ein. Das ist nur ein. Das ist nur ein. Wir sind nur ein. Was ist das? Was ist das? Bleib lüner dir. Sau, Junge. Ah, voll Terence Hill-Style-mäßig aufgesprungen aufs Pferd, Junge. Von hinten, da. Jawoll. Es müsste auch noch so eine Kunstaufsprünge geben für die Pferde. Nimmst du den gleich rechts? Ja, ja. Gut. Alter, was ist denn hier los, oder? Na, bevorste ein Pferd. Na, rein. Alter Schwede. Nein, ich wollte nicht aufsteigen. Ich fäng mal, ich kann dann lupen. Aber die Kamera wieder nicht lupen. Du bist so gerade, du Sacknaser. Du schießt auf mein Pferd, du Sacknaser. Wofür stirbst du? Ja. Komm ran, hier. Heute ruft da keiner. Wir waren dann schon helfen. Heute ist der Killer-Tag, ja. Ja, aber. Sieht aus wie eine Drecksau. Und drauf. Na ja, mach den jetzt Hände hier. Die Büsche hier. Kurz und schmerzlos hier. Das war echt schnell jetzt. Ja, ja. Ja, weil wir im Floß sind, das ist das. Ja, ja. Jetzt, wir sind warm gespielt, da geht der Optiksmann jetzt. Ja, ja, logisch. Ja, zack. Schön neben die Schiene, jawohl. Zack, rauf auf der Schiene, jawohl. Der wird in der Mitte geteilt, jawohl, der Hansi. Ja, mit der Kuhle. Jo. Wie wir noch schauen. Hm, interessant. Jo. Töten, 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 töten. Sorry, Leute. Jo, ich guck mir das jetzt hier an, jawohl. Zack. Direkt hier live neben die Schiene, jawohl. Schau mal, auf eine Ego-Perspektive an. Ja, genau. Weil, geh mal von der anderen Seite. Oh, ja, aber dein Zug kommt richtig schnell, ey. Goodbye. Zack. Da liegen noch Teile, auf der Erde, Alter Schwede. Aber der Wagen sieht ganz anders aus, war? Der Zug. Also der hat so keine, ja. Voll der Güterzug, ey. Versinsky. Oh, oh. asiah. Oh, what é this is. Oh. 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 Untertitelung des ZDF, 2020